hey my rabbit cousins wieder mit den niklas und den alex in gilpaus 2 hier und war wieder dabei wie sie mit dem kreuz kreuz das ist das mit der es halt skritschburg die skritschburg auflösung ist wieder richtig geil ja und die kuchen waren die blöde stadt ja genau da musste hier über diese kuhle halt nicht da lang wo du läufst in die falsche richtung ach nee also ich hab den ich hab den kartgo schon wieder gesehen auf der karte die kartgo auf der karte gesehen hier musste über die holzplanken das ist wieder was für dich da kann ich kann wieder runterfallen oh wer kommt da big toasty du hast sowas nicht angekriegen dass man da runterfallen lassen ne mach ich nicht so ich mach das nicht runter oder ich würd sagen herunter darunter ich guck mal hier kurz mal was man bei diesem kaufmann hier kaufen kann heilskette oh gott oh gott ist die teuer ist die teuer ich muss ein bisschen wieder hoch so wegen dem heldenpunkt oder also ja einer ist weiter unten und einer ist weiter oben ist die frage ich hab mich nicht gekriegt wieso hab ich denn nur wieso gut wie was ähm hier kann man auch was verkaufen nein hier kann man ja voll viel verkaufen wir haben eine pistole voll die teuren sachen hier äh sollen wir jetzt einen heldenpunkt mal machen oder äh könnte man machen ja ja heldenpunkte machen weil jetzt dann hier ist gerade ein event aufgetaucht ach so das ist aber weiter woanders ok das ist woanders sooo ok ja ich muss erstmal verkaufen hier äh ich bin voll bis oben ok ok einfach dass du hast ja ein wein holen oder bier ach so sieht nach wein aus müsste wein sein ja nehmt eine probe eine flasche skritzburg spezial haben wir hier gekriegt das ist ja nett so und die müssen wir dann nur trinken und dann einmal trinken gluck lecker krieg ich noch krieg ich noch ich möchte noch eine flasche bitte schade krieg ich krieg nichts mehr ich krieg nur eine ach shit oh nein runtergefallen ich hab fünf beuteln verkauft ich hab nie geöffnet ach diese diese materialbeuteln du kannst sie zurück kaufen ne ja ach ja ja du musst ein feld tiefer da kannst du zurück kaufen das könnte klappen gib mir mein staff zurück du einfach du gauner du gauner gib mir mein staff alles wieder gib mir da gib mir das zurück kaufen komm komm wo kommt man denn hier zu diesem frech dann wollte er sich tatsächlich unter den nagel rißen ach da oben muss ich ähm äh muss ich hier da du siehst ein weg oder weißt du siehst du wo ich umlaufen bin ähm ja ist auch ein weg oder zahnräder ähm wir sehen uns wieder hast du den Magnetstamm geöffnet den wat nicht identifizierter Magnetstamm das ist der heldenpunkt belohnen achso ne den habe ich noch nicht geöffnet wir waren bei dem bierfass als erstes hier äh äh was gibt es hier ah nochmal was champignons die nehmen natürlich auch nochmal mit achso ok 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 ich sammle gerade für meine nächsten äh nahrungsmittel äh ich bräuchte helfer da ist so ein Typ den muss ich besiegen das ist nicht ganz so einfach oder es ist ein Tor und hier kommt man nicht durch wie frech ist das denn wo ist der ne hier steht ne riesen Tor die man nicht öffnen können das achso achso da und du bist schon wieder unten bei dem ok ja guck mal die Flügel fliegen ich will auch fliegen das will ich auch kriegt man irgendwann bestimmt als Bonus ne kann man dann auch also komm die erzählen erzählen Spoiler wo kriege ich die her will die haben geht mir 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 sofort sofort genau schreibt bitte in die Kommentare wo wir die Flügel herkriegen vor allem äh wenn ihr die irgendwo rumliegen habt einfach ihren schenken genau besonders für mich ja richtig ach hier ist ne Waffenschmiedstation ach wie cool hier können wir auch handwerkeln oh dat ist natürlich mal geil und Rüstungsspielstation ist hier auch oh sehr gut wo ist kochen ja jetzt jetzt bin ich gespannt jetzt muss ich hier loslegen ok ich bin gespannt wie ein Flitzebogen ok hier kommt auch so ein Typ einfach rum geflogen was wollen die hier oh Spinell Spinell nugget ein Spinell ein Spinell ein Spinell oh hell kannst du nur sagen weil Spinell ist ne aus äh Resident Evil 4 ja Spinell ist auch ein Mineral das ist ein Mineral? ja das ist ein Mineral also ein Edelstein kannst du sogar sagen schon fast oh hier gibt es eine Flasche ja Alex du bist einmal vorbei gelaufen ähm ja ich habe hier gerade Silber gesehen das musste ich noch mitnehmen ok ja so hier runter ne jo ja ist da auch die Kochstation auf dem Weg nicht mehr kann ich sicher ne hier ist glaube ich nichts zum kochen ach hier ist ja auch nochmal Erz ach sehr gut selber Erz hab ich auch schon gesehen dass die da rumhängt da warte auch kurz ja das war schon immer mein Traum die Angela zu vermöbeln na gut alter was macht der denn für ein Charme ich bereue es ja jetzt schon dass ich gekommen bin ist ja in oben wow Event war erfolgreich oh ich hab was zum rechten Level A cool dass du den alleine geschafft hast da oben ist die Schlampe komm her ich geb dir ich geb dir ok Ian wir kommen mal zu dir ich seh mich schon tot nein ich bin schon tot nein 6 7 8 9 das hängst ihm an wie kommen wir ah da kommen wir hoch da kommen wir wieder hoch ich geh mal lieber schneidern ich mach überhaupt keinen Schaden die ist heftig hahaha die die zählt ja mal aus komm hier hin hoppa nicht hauen nicht hauen nicht mich hauen ich will dich hauen das ist ok ich will dich hauen nein das ist ja falsch nicht noch nicht geben nein nein ich geh auch noch hör doch mal auf verdammt wie komm ich denn zu dir oh hier muss ich ja voll voll den Umweg laufen oh 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 blöde Kiste hier im Weg es ist ich kämpfe ums Welt ich ich kämpfe haha ich nicht ich komm hier hin haha ok allein du bist auch dabei jetzt gib ihr ja ich hab sie ich hab sie getötet echt alleine alleine ich kämpfe ich kämpfe ich kämpfe wie ein ich komme ich komme ich komme ich will doch die Belohnung ich will die Belohnung ich will die Belohnung ich will die Belohnung ähh ich kämpfe soo sehr gut ja geil verschlüsse aber geil die hast du jetzt nicht ne die hab ich jetzt nicht ich hab nur ein Bündel mit geklauten Wagen also keine waren liegen standen weiße Handelabzeichen oh ein Apfel ich bin schon wieder tot da schießt noch einer von hinten neid ja ich komme schon die sind total bekloppt hier ich merke schon uuuuuh das war dieser komische Geschützturm da neid boah boah ihr habt mich angemacht in die Nauze in die Nauze gibt's ja da haschen die den hier in die Nauze soo achso jetzt müssen wir noch ein paar Skritts befreien hier wo wo sind die denn ich wollte eigentlich hier einen hellen Bunk machen ja 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 schön ja schön so eisen sie hier dann erstmal die Kräutersprosse ach diese komischen du bist mir geschossen von dem Geschützturm ja von diesem komischen Geschützturm da mir auch egal was soll man machen da hier ich mach nochmal hier Taschendiebe kaputt zack auch wieder Geschützturm ein Drache der kämpft gar nicht nicht ein Drache kämpft gar nicht so blöder Geschützturm da kann ja wohl nicht wahr sein ich ach hier aber hier schöne Sehenswürdigkeit wieder gefunden das ist ja nett wir können jetzt wieder nach Osten gehen und dann hätten wir da wieder eine Quest welche Sehenswürdigkeit die hab ich schon die hab ich schon Hände schon hier rum die letzte mein China Drache du mein China Drache du mein China Drache du Mensch hier da ein schönes großes Gebiet hier ganz oh jetzt was hab ich denn jetzt gekriegt ich gib mir das oh verschlüsselt mit ich hab noch weiße Hüttelabzei oh ich hab ne neue ich muss von einiger wichtigkeit das ist ja mal geil nicht eventreicher lagern das muss ich auch lagern das können das können wir aufhören auf mich zu schießen wie frech ist das denn von wir müssen jetzt schon wieder beschossen steht davor um die werfen ist ja auch frisch lasst mich in ruhe der klark richtig rein jetzt soll errichtet richtig los ja natürlich selbstverständlich so hat ihn da jetzt eigentlich steht ihr hintereinander und wartet dass dann neue gegner auftaucht ich weiß nicht was man machen soll ich habe noch nie mitgeguckt weiß nicht also wir können wir einmal überall quer rumlaufen entweder hier nach süden wir können nach osten wir können nach norden das ist ein nach westen können auch noch jetzt mal weiter oben oben links fernraum links ist ein deal machen wir sehr gut okay ja morgen tschuii ach du kannst deine mutter brauche hilfe deine mutter brauche hilfe echt mal diese brisen alter die ich so hasse ich muss mal kurz afk ich kommen sofort wieder das morgen morgen stimmt ja auch ja ich guck dir gerade moment ja steht auch ja die brung sind so gut wie ma die nevi mal an wir haben hier noch was soll man hier auf alles warten so hier fiecher kaputt kloppen ich hatte einen brombeer ranke ich hab's nicht erfunden hier ist ein versteckter sehen was bären sammeln mama ich weiß nicht so ihr seid schon da da ist immer raus hier oben ist die quest nicht gültig auch kommen verdammt das fernrohr ist hier oben da darf ich ja hier nicht runter ja helft den engen getriebenen spionen bei der weg marke sehra ist in dieser gegend auf euch acht körper und schwestern der seraphen haben im norden einen außenposten ich nehme die burme mal eine leute werden ständig von banditen belästigt vorsicht gesetzlosen haben drei befestigte lager im westen wenn ihr dabei helfen könnte diese gegend zu sichern wären wir euch sehr dankbar drei bewachte lager im westen also sehr sehr frech hier so da ist noch holz das muss ich auch noch mal angeln bevor wir hier die quest weitermachen stört gottas banditen ist ja auch noch eine quest ja das ist die von der anderen ecke dann ja aber hier gibt es auch noch eine wo ihren ist derzeit ja ja die die wollen wir auch erst mal machen dann ist ja die sinnvolle so gut sehen die hier für irgendwas die zählen für gar nichts da brauchen wir nicht nur auf dieser insel oder wo hier ist hier ist ich habe den geholfen weil ich eine ranke vernichtet habe wow super das ist ja das ist ja richtig schlau von mir ein richtiger pfiffikus niklaus guck mal vor uns keine ahnung ein bisschen schwer war mal hier links oh vanilleschoten oh sehr geil sehr geil hier ist eine spinne moment hier ist eine spinne oh ich kann eine spinne zähmen oh cool hier kommen junge dschungelspinne spinne spinn mal mit mir rum hier was ist das hier für eine seit von königsruhe kommen nein dann nicht ok ich habe hier wieder einen helden woher ich kam seit eventarisch zuflucht äh alex kompeter was war hierher ich habe hier kein problem ich muss dagegen baum kämpfen der ist level 23 ok level 23 ich komme sofort ich versuche nur einer ach ich habe hier einer sammlerin geholfen das zählt auch für die fest so wo bist du du bist nee du bist auf der insel ja ja da ist irgendwie so ein kristall ach so der händen punkt da ok oh ja oh der sieht ja schick aus hier kämpfen ok los bereit jetzt soll ja ja er kloppt natürlich rein hier und und blitzen juhu 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 mir was aber hier pfahlwurzeln ja wo hier wo ich bin hier ist ein geist so eine frau geister frau ach so vielleicht war das die mit der ich schon gequatscht habe das kannte obwohl nie das war eigentlich keine gäste frau mit der ich gequatscht habe ach ja das ist auch wieder so was wurde hier die richtige antwort finden muss ich krieg überhaupt keine antwort du musst das unteren nehmen und dann und dann jemand ermordet und ihr habt etwas entdeckt jemand hat euch ermordet ihr war das opfer eines verdorbenen handels ich weiß nicht haben wir dadurch das event frei ja sehr gut dann hin da ne ja wie komm ich da hoch ne komm ich da hin wie wo wo hier ach da so ähm vermöbeln vermöbeln so was haben wir hier noch da sind noch welche alle verkloppen hier das ist ein grüner mohr keine ahnung was er hier macht was man die was man diese füge hier was müssen wir eigentlich hier machen vermöbeln 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 gar klar und wieder einfach drauf ein zehn die überhaupt von er hat die zehn firmen request ok sehr gut alter aber mein inventar ist schon wieder voll verdammt ja kann ich auch nichts für das ist weil ich immer überall sammel das sammelt sich dann halt an so was haben wir hier noch kloppt ihr euch denn wieder gott 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 kann ich irgendwann wieder belegen ich habe ich habe ich habe ich habe ja noch nicht fertig ich brauche auch noch einiges hier was haben wir noch so schönes da kommt auch so ein typ wie wir an komische viecher hier was war das denn gerade das war ja gerade komisch so wie viele kommen denn jetzt hier noch eigentlich bis wir die verstärkung ach so in zwei minuten 40 kommen die erste oder kommen sie doch schon nein ich mach keine wütze so banditenwege lager waren ja auch noch mal wieso ist hier ein schwein grüßen so mit einem kampf noch mal hier wieder weit aber laufen hier hin die typen zwei minuten aushalten ja okay da bislang sind ja noch relativ entspannt dabei ja und wir haben die quest auch alle leute hier ja echt wir haben die quest auch gleich geschafft eigentlich kann sich auch gemütlicher nebenstellen so die quest ist schon mal erledigt sehr gut ach jetzt kommt hier dieser komischer muss dieser komische warte da kommst du mit sich halt auch wieder ein bus hänge fest hänge fest nicht wo rennst du denn hin wo laufen die denn ganz hin jetzt wieso laufen die alle so weit aus der Stadt raus jetzt kommen sie von ihr nämlich ja genau klar so komm mal hierher wir klappen euch jetzt nieder den Powerpoint ich bin leider eine Stufe höher hier wird nur geprügelt wahnsinn das ist ja da wird ja verrückt bald bei so vielen leuten hier und jetzt bin ich gleich außerhalb des ich glaube ich explodiert gleich wieder was kann sein bestimmt ich bin überladen was schafft frei was mein Inventar ist voll hilfe warum ist mein Inventar schon wieder voll oh Gott oh Gott Hilfe was soll ich denn hier noch ah das kann ich noch lagern boah Alter jetzt reicht es aber langsam haben wir die Quests geschafft wir sind doch Verkäufer oder ja ja ich weiß nicht ich weiß nicht ob die ja doch die nehmen auch alles was wir hier haben so geschmolzener Spahn ah toll ich kenne euer Gesicht verstümmelte Krallen Ritzel Titriche das Mantelabzeichen oh Gott hier äh ich hab irgend so ne Schatzkiste die ich aufmachen kann was ist das denn hier Erfolgstruhe ein Gold und ein Lorbeer oh na die nehmen wir natürlich wow ich hab Schatzjägerinnen erhalten cool sehr nice Zimtstamme ich bin schon lange so die Erfolgstruhe mach ich gleich auf erst mal ähm mir die wiederverwertbaren warte 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 hab ich ne beste Wüstung gekriegt aber geil so was das das kann ich nicht benutzen ja gut ich hab keine Spitzung lagern und lagern ach ich hätte jetzt grade meine XP Dingsbums nehmen können das wär ja auch gut gewesen was macht das hier bringt sie dem Offizier der glänzende Klinge Ralanen Götterfels ok wie frech ist das ach ich hab ich hab so ne Schriftrolle die ich zu nem Typen in Götterfels bringen muss das ist ja interessant ja der der ist direkt der ist direkt an der Haustür der Königin da steht der direkt für ok ich hab ne Banane und der gibt richtig mega geile Events ach cool so was ist in der Erfolgstruhe wow 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 oh 50 Kupfersicher na super und nochmal oh nochmal Spitzacken und alles gedöhnt ach nö oh nö Wiederbelebungskugel cool ok kann ja was kann ja was kann ja was oh ich will deine Treppe ich will deine Treppe ich will deine Treppe Doppelklicken um euch selbst zu vergiften die wären in den Händen eines Experten sicherer super toll ich hab hier ich muss unbedingt zum Lagerhaus was was habe ich hier noch einen Heldenverstärker oh oh man ey können wir uns das noch verkaufen Lederbeutel verkaufen so das muss ich weg kauen gut was haben wir jetzt hier Heldenverstärker ey und das kann ich lagern gut von deiner rückte Klasse zu wenig Geld am Markt oh Gott oh Gott oh Gott wie viel Müll ich muss äh ihr fragt mich ich ich teleportiere mich mal kurz nach äh Marbon Markt und werde dort alles abliefern beziehungsweise wir können sowieso wenn wir wollen die Folge hier beenden einlagern wir machen wir hier einen Buuuuuh 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 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dahin macht's gut tschau